Hey Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem kleinen What's in the Box! Ja, es wird kein traditionelles Unboxing, weil ich das bei regulären Editionen von Spielen, naja, meistens so ein bisschen albern finde, aber ich möchte euch zumindest zeigen, was euch erwartet, wenn ihr am Dienstag vielleicht The Witcher kauft, was ich heute schon kaufen konnte, denn es ist eine ganze Menge an Bonus-Inhalten drin und ich finde, diese Edition lohnt sich dann tatsächlich auch mal vorzubestellen. Das müsste eigentlich die ganz reguläre Version sein, die man am Dienstag kriegt, das ist keine Limited Edition oder irgendwas, das ist die ganz normale Day-One-Edition hier und ja, die hat eine ganze Menge drin, was schauen wir uns gleich im Detail an, vorher werfen wir nochmal einen Blick auf die Rückseite des sehr schön gestalteten Pappschubers, der uns natürlich Geralt mit Roach oben zeigt. Ach, als Witcher-Fan, als jemand, der die Bücher gelesen hat, sogar den grausamen Film, ist es für mich echt so nach Hause kommen, dass ich endlich dieses Spiel spielen darf. Ja, 35 GB Hard-Drive-Diske werden belegt, wenn ihr auf der PlayStation 4 spielt, Remote Play wird unterstützt, was relativ Schönes in meinen Augen. So, dann habe ich jetzt meinen Pappschuber entfernt und wie wir sehen, leider hat die eigentliche Spielhülle darunter auch ein USK-Siegel. Das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn der Pappschuber schon drumherum gebaut ist, dann hätte man eigentlich das eigentliche Cover so ein bisschen unangetastet lassen können, aber, ja, müssen wir mit leben. So, wir sehen die Disc, wir sehen direkt ein paar Pamphlets und da gucken wir jetzt mal rein, denn oben drauf liegt direkt so ein schöner kleiner Zettel, der sich an die Spieler richtet. Und da geht es darum, dass The Witcher ja mit 16 DLCs daherkommt, die im Verlauf der nächsten Wochen und Monate veröffentlicht werden und die werden komplett gratis sein. Einige Händler haben damit beworben, dass nur an ihre verkauften Editionen diese 16 DLC gebunden sind. Das ist natürlich absoluter Quatsch, denn die sind in jeder neuen Version von The Witcher dabei. Ihr müsst keinen Code eingeben, die erscheinen einfach kostenlos. Ebenfalls dabei ist ein Soundtrack und das ist nicht wie bei anderen Spielen, dass da irgendwie ein Download-Code oder sowas bei ist. Das ist wirklich eine Disc, die hier gepresst wurde und das hat mich tatsächlich ein bisschen umgehauen und sehr gefreut, weil wer weiß, was für City Project Red für großartige Soundtracks komponieren, der kriegt hier 31 hochkarätige Songs und ich finde es mega. So, dann habe ich mal die Karte ausgepackt. Ist leider nur auf Papier, also keine Stoffkarte. Das ist ja wohl ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ja, also in dem Fall nicht unbedingt was, was man sich an der Wand machen kann, aber ist trotzdem sehr schön gemacht. Zeigt uns die komplette Spielwelt. Wir können hier mal gucken. Ja, von Kehr, Trolde, über Ochsenfurt, also wie gesagt, alles drauf, was man irgendwie erwartet und allgemein schön, dass einfach eine Karte dabei ist. Vielleicht, wenn man sie bügelt, kriegt man sie vielleicht richtig schön glatt. So, dann ebenfalls dabei, ja, zwei Sticker mit dem Witcher-Logo. Dann haben wir ein kleines Compendium-Buch dabei, was uns so ein paar Einblicke in die Charaktere gibt. Vielleicht für diejenigen, die im Vorfeld noch nie einen Witcher-Teil gespielt haben. Die bekommen mir so ein paar Infos an die Hand. Auch ganz nett. Ist nicht großes Umfangreiches, aber hey, ist mehr, als man bei anderen Spielen kriegt. Und es gibt eine Spielanleitung. Es gibt wirklich eine Spielanleitung, die sogar ein paar Seiten Inhalt hat. Also auch das erleben wir heutzutage nicht mehr häufig. Ja, und das ist die D1-Edition von The Witcher auf der PS4. Die anderen Versionen, also auf Xbox One und PC, werden vermutlich ähnlich aussehen. Und ich finde es klasse. Also, was man hier für knapp 60 Euro oder 65 Euro geboten bekommt, kann sich wirklich sehen lassen. Und ja, wenn ihr es euch am Dienstag kauft, wird das Ganze genauso aussehen. Und haltet Ausschau nach unseren Videos zu The Witcher. Und ja, wenn ihr euch am Dienstag kauft, wird das Ganze aussehen. Und ja, wenn ihr euch am Dienstag kauft, wird das Ganze aussehen.